Die Herren spüren den Atem und ergreifen dann die Flucht. Leuchtig gefährlicher Leben dagegen Radfahrer oder Spaziergänger, wenn ein Netz im Weg ist, besser den Mund zuhalten. Einige dazuste Spinnen krabbeln aus dem Staubsauger wieder aus. Es ist kein Schultod für die Spinne, aber ein ziemlich sicherer. Bei einer Attacke mit dem Staubsauger werden die Tierchen wild herumgewürdet und prallen in der Regel mit voller Hucht gegen den Staubsauger-Neutel. Selbst wenn die Spinne wie ein Hölzer überlittert, erstiebt sie im Staub nach kurzer Zeit wegen dem Sauerstoffmangel. Überleben Sie sich also als Tier.